Tesla-Spulen sind der neue Pay-to-Win. Oder etwa doch nicht? Wie baut man diese eigentlich richtig auf? Wie stellt man sie ein? Was machen sie? Und vor allem, wie ratet man sie richtig? Das alles zeige ich dir in diesem Video. Fangen wir mit den Grundlegenden an, was sicher die meisten schon wissen. Tesla-Spulen haben drei Modis, auf die ihr sie einstellen könnt. Dabei verbrauchen sie Kristalle als Munition. Alle Attacken springen auf bis zu vier Ziele weiter, sofern diese in zwei Foundation-Reichweite stehen. Zum einen haben wir den einfachen Feuer-Modus, welcher nur Schaden macht und eigentlich irrelevant ist. Dann gibt es noch den Stun-Modus, welcher die Gegner schockt und für zwei Sekunden unbeweglich macht und im Anschluss sie slowt. Zum Schluss gibt es noch den Modus, welcher die Rüstung des Gegners schreddert und so den eingehenden Turret-Schaden erhöht. Dieser ist stackbar auf x2,5. Somit könnt ihr mit diesem Modus euer Turret-Cap verdoppeln. Denn Munition macht am Ende den doppelten Schaden, sofern der Gegner die volle Menge an Stacks auf sich hat. Ziemlich OP das Ganze, oder? Ja und nein. Doch dazu später mehr. Wie baut man nun diese Turrets genau auf? Beziehungsweise auf was stellt man sie ein? Euer Hauptverwendungszweck sollte es sein, gegnerische Runner zu stunnen, damit diese nicht in eure Wall reinjeeten können. Das heißt, ein bis zwei Tesla-Spulen sollten auf Stunnen stehen. Ich weiß, dass viele Guides davon sprechen, nur eine einzig auf Stunnen zu machen, aber ihr werdet sehen, warum ich von zwei Tesla-Spulen spreche. Die restlichen drei sollten auf den Shredder-Modus gestellt werden, damit der Gegner instant viele Stacks auf sich hat und eure Turret-Wall sofort den höchstmöglichen Schaden macht. Dabei sollten alle Tesla-Türme auf berittene Dinos und Spieler gestellt sein. Alles andere macht keinen Sinn. Später seht ihr auch wieso. Ganz wichtig hierbei ist es nun, dass die Türme zum einen nicht auf dem Boden stehen sollten. Dort sind sie ein leichtes Ziel und können zerstört werden. Platziert sie lieber an Decken und Wänden. Ebenfalls ist hier nun wichtig, dass die Schredder-Türme gleichzeitig draufschießen und die Stun-Türme verzögert schießen. Also, diese beiden sollten ein paar Foundation-weit voneinander wegstehen, damit ihr ein größtmögliches Zeitfenster füllt, in dem permanent ein Stun aktiv ist. Soviel zum Grundprinzip. Doch wie sieht das Ganze nun in der Praxis aus? Bindet eure Türme einfach in eure bestehende Wall mit ein. Platziert weit vorne einen Stun-Turm und weiter hinten den zweiten. Stellt diese nun so ein wie erwähnt und schaut zu, wie der Gegner einfach durchrennt. Und auf eure Tesla-Spulen scheißt. Doch wieso? Was ist falsch? Naja, ganz einfach. Die Tesla-Spulen schießen nur dann, wenn auch jemand in Render-Distanz ist und benötigen, um den ersten Schuss abzufeuern ein paar Sekunden, um sich aufzuladen. In Wirklichkeit hängt das wohl eher mit dem Code hinter den Spulen und der Kommunikation des Servers zusammen. Egal woran es liegt, das macht die Tesla-Spulen enorm anfällig für alles, was schnell ist. Treffen sie euch einmal, sind sie wirklich stark. Doch solange das nicht passiert und sie kein Dauerfeuer machen können, könnt ihr sie outspeeden. Und genau hier kommen nun ein paar Tricks, wie ihr die Tesla-Spulen ebenfalls bauen könnt. Platziert dazu eine Carbonemis mit gutem Sattel für eure Base, auf die maximale Reichweite. Hinter ihr eine Wall, damit sie Gegner nicht direkt abschießen können. Unclaimt die Carbo und stellt diese eine Tesla-Spule am Anfang auf Attack Claimed Creatures. Die Tesla-Spule wird der Carbo nun den ganzen Tag, solange sie Munition hat, in den Rücken feuern. Macht so wenig Schaden aufgrund des starken Sattels und des großen Lebenspools der Carbo, dass die Carbo nicht verrecken wird. Unabhängig davon, ob jemand in Reichweite ist oder nicht, wird die Tesla-Spule jetzt weiter feuern. Versucht nun ein Gegner, euch zu runnen. Muss die Tesla-Spule nicht erst geladen werden, denn sie feuert ja eh schon die ganze Zeit. Somit hat der Gegner nur dieses kleine Fenster, wo sie zwischen den Schüssen sich auflädt, um an der Carbo vorbeizulaufen. Erweitert ihr das Ganze mit noch einer Carbo, erhöht ihr das zu überwindende Feld für den Gegner, in dem er gestunnt wird. So könnt ihr das Defizit der Tesla-Spule ausgleichen und über Nacht eure Base kontinuierlich schützen. Nun hat die Tesla-Spule natürlich nicht unendlich Munition und genau hier kommt der Roboter ins Spiel. Anmerkung an dieser Stelle, in engen Red Holes wird das nicht funktionieren, denn er wird dann einfach nichts tun. Er braucht immer ein bisschen Bewegungsfreiheit. Packt nun einen Vault mit genügend Kristallen in die Nähe der Spule. Stellt euren Roboter auf Butler-Modus und stellt die Spule so ein, dass sie permanent gefüllt wird. Der Roboter wird nun solange er Crystal hat, eure Spule mit Munition befüllen. So könnt ihr eure Base bestmöglich über Nacht vor Offline-Raidern schützen. Wie das Ganze nun in Red Holes aussieht, seht ihr hier. Der Gegner ist bei dieser Taktik gezwungen, erst einmal eure Thames zu zerstören. Sind diese aber gut platziert, wird er nicht so leicht herankommen und sie abschießen können, ohne ebenfalls gestunnt zu werden. Somit ist die Tesla-Spule besonders in Red Holes mit dem Stun-Modus echt super, sofern sie über diese Taktik gebaut wird. Ansonsten ist sie auch hier, je nach Red Holes, tatsächlich recht nutzlos. Das ist ja alles schön und gut. Nun sind Red Holes mega safe und Leute können sich noch besser verkriechen. Doch wie kommt man dagegen an? Naja, es gibt ein paar Taktiken, wobei die meisten davon in Red Holes tatsächlich nicht gut funktionieren. Fangen wir mal groß an. Selbst mit dieser Bauweise wird es möglich sein, die Tesla-Spule zu runnen. Somit sind Fliegende, Stegos, Rockdrags, Terrorbirds und alles, was schnell ist, nach wie vor die beste Möglichkeit. Lediglich Offline-Zoken wird damit massiv unterbunden. Ebenfalls könnt ihr mit einem Basilisken oder Fasola-Suchos das ganze untergraben. Diese werden nicht angegriffen, sofern ihr euch unter der Erde befindet. Natürlich jeeten euch Takturals nach wie vor weg. Man baut ja nicht einfach nur Tesla-Spulen hin und lässt die anderen Türme weg. In engen Red Holes wird es hier schon schwieriger. Wir gehen mal von Only Tesla-Spulen aus. Dann macht es hier am meisten Sinn, euch alles rein zu pfeifen, was euch Movement Speed gibt und ein Schild dabei zu haben. Denn Schilder blocken den Stun. Nun seid ihr recht schnell, obwohl ihr das Schild die ganze Zeit als Schutz vor euch haltet. Sobald dort Takturits sind, ist das ganze natürlich auch wieder hinfällig und ihr werdet nicht darum kommen, dort enorm viel zu soaken und zu zerstören. Nichtsdestotrotz könnt ihr so eure Tesla-Spulen bestmöglich nutzen und ausreizen und habt ebenfalls ein paar Anhaltspunkte, wie man sie am besten raiden sollte. Ich persönlich finde das ganze wirklich gut. Etwas Balancing wäre hier und da nicht schlecht, aber die Tatsache, dass es nun einen internen Offline-Schutz gibt, finde ich klasse. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Euer Finch. Ciao, ciao.